Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgon Siakon von den Frakta und ich bin für den Divi der Dimpera. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Jungs ihre Stadt zurückfordern oder ob die, wie die Makedonen, erstmal eine Zeit lang im Busch hocken und sich die Gedanken machen. Was ist das denn? Ich will mich da aber nicht rein. Nee, machen wir nicht. Soll die Ptolemae doch allein kämpfen? Ich helfe die Ptolemae ja nicht die Stadt erobern. Ich habe da überhaupt noch alle Tassen im Schrank. Äh, was machen die denn? Jungs, falsche Richtung. Ey, Schmatt ist im Westen. Oh Mann. Die haben die Weißheit auch nicht mit Löffel gefresst. Was zum... Was zum... Achso, stimmt. Die habe ich aufs Wasser geschickt. Ich muss das bei Rost. Hm, das sind alles... Das sind zwei Jungen hier. Das ist ja mal nett. Ewig hatte ich keine und jetzt habe ich hier gleich mehrere. Das ist... Müssier. Ah ja. Ähm... Okay, da waren diese... Jungs. Ah, okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm, aber drei Schützen brauchen wir eigentlich nicht. Hm. Hm. Okay. 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 Ich werde das gleich sehen ob da was gescheites bei rauskommt. Ich würde sagen, ich mache hier eine Landwirtschaft auf, damit wir weiter Nahrung produzieren. Wobei ich das mit dem Nahrungspool noch nicht ganz verstanden habe. Ich werde das mit dem Nahrungspool noch nicht verstanden haben. Ich werde das mit dem Nahrungspool noch nicht verstanden haben. Also ich denke mit dem Ausbau von diesem neuen Reikyo. Ich werde das mit dem Nahrungspool noch nicht verstanden haben. Kommandant, legen Siege in den Settlement! Das ist Ihr Kommandant. Wir nehmen dieses Settlement für Rome! Ready for battle! Get to it, men! For Death and Order! At your swords. How may I serve only Rome? Is there nothing else? Da haben wir mal eine Seleukidische richtige Armee. Ah, die Ptolemaeische Armee hat sich aufgeregt. Schön. Let that tower before Rome! Großes bewirkt hat es aber offensichtlich, ne? Laying Siege to the Settlement! So, ich würde aber sagen, wir setzen in den nächsten Cut. War wieder relativ kurze Zugrunde von Gebäuden. Wobei, jetzt wenn wir so viel Geld überhaben, könnten wir tatsächlich mal anfangen, die Regionen, die eigentlich recht stabil sind, mal ein bisschen auszubauen. Aber das sieht eigentlich aus, ob die da eh ziemlich durch werden. Das nimmt halt alles noch Nahrung weg. Ich weiß gerade, wo ich so viel Nahrung herkriegen soll, wie diese ganzen Provinzgebäude alten Nahrung wegfuttern wollen. Ich hoffe, dass ich da irgendwo noch ein bisschen Technologie versteckt habe, die irgendwie Nahrungsanbau ein bisschen forciere oder so. So, sehe ich da schwarz. Gut, wunderbar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann nehmen wir... Sollen wir das wirklich machen? Dann steamrollen wir ja fröhlich weiter. Gut, jetzt ist noch genug im Erland da, dass wir erobern können, aber... Ich mache mir meine Gedanken und wir sehen uns dann hier trotzdem so oder so gleich wieder. Und dann werden wir sehen, entweder stürmstelle ich die beiden Städte oder ich ziehe die Legion nochmal ab. Wo war deine Jama Saka nicht direkt ein? Ich und mein... Woh... Komme überrenne! ja wie auch immer bis gleich tschüss